So Leute, da sind wir wieder in Now the Lost A. Hier haben wir letztes Mal aufgehört und es geht weiter. Oh, oh, ich habe meine Hand klebt fest. Sie können rote Steine in den roten Bereich des Menüs legen. Ok, roter Bereich. Da werden wir wohl mehr finden von diesen Steinchen. Die Pflanze bringt gar nichts. Da ist irgendwas. Servus. Kaputt, kaputt. Hallo? Lass mich mal da raus, hier habe ich mehr Platz. Wie soll ein Geisteskracker drauf rumschlagen, dann gehen die schnell kaputt. Was ist das denn? Komm her! Ey! Uh! Die spuckt Feuer! Scheint doch ganz cool zu werden. Okay, die spuckt Feuer. Feuer. Oh, kaputt. Oh, oh. Jetzt bräuchte ich so halbpflanzen. Shit. Ich hoffe, da kommen noch welche. Oh, oh. Das ist nicht gut. Komm schnell durch. Schnell, 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 schnell. Puh. Oh, schau, mein Puls. Das ist nicht gut. Ich brauche eine Heilpflanze. Vorne waren so viele und jetzt ist gar keine mehr da. Ich brauche dringend einen Bogen. Was will ich denn mit dem Zeug? Nur Beine. Sehr gut. Aber Blümchen wären besser. Bam, bam. Da unten sind Blumen. Mal schauen, wie viel Leben das zurückgibt. Ach, die heilen ja massig. Noch mehr Pfeile. Noch mehr Pfeile. Noch mehr Pfeile. Keine Pfeile. Keine Pfeile. Hallo. Ich tu jetzt mal hier nicht so Lootgeiern. Oh. Oh. Was ist denn das für einer? Ja. Der hat mich angelegt. Sonst fällt mir irgendwann der Arm ab, wollte ich sagen. Wenn ich hier die ganze Zeit Gegenstände zerschlage. So. Loading. So. Loading. Oh. Das schaut cool aus hier. Was ist das? Nichts. Hey. Da ist so eine Kugel drin. Nehme ich doch mal mit. Moment. Leg mal hier rein. Eine Liederne Kugel. Doch gefällt mir bis jetzt ganz gut eigentlich das Game. Muss ich sagen. Schönes Spiel. Oh oh. Die Kiste ist runtergefallen. Und die Kiste ist runtergefallen. Das kann ich nicht nehmen. Bäm. Das kann ich nicht nehmen. Schaut wieder so ein Teil hier. Was ist das? Kann ich nicht nehmen? Bäm. 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 hey hör auf ich sparen dich du hässlicher naja hässlich ist er ja nicht er ist ja irgendwie ganz süß aber schon nervig so was gibt es da was gibt es da hier gibt es nichts da kann ich dann wieder hochklettern rein theoretisch springen wir mal runter siehst du hat sich schon gelohnt sonst ist hier nix versteckt da geht es auch noch mal runter oder wie? komm ich da auch wieder hoch? ja au scheiße fallschaden gibt es auch jetzt tue ich doch wieder ganz schön Lootgeiern hier aber ich werde es bestimmt auch brauchen oh was ist das? doch hält ganz schön aus du hässlicher komm ich schmeiß dich mal lieber runter hier irgendwo geht nicht so das ist aber eine ziehe kiste du dann wieder so einer komm ich rein so was ist das hier sie können diese pflanze als als granate ah als bombe verwenden wenn sie sie nehmen drücken sie die auslöstaste um da habe ich doch einen schon mitgenommen dann nehme ich mir auch mit okay cool bomben noch eine sehr cool ich denke da muss ich irgendwas in die luft springen da hinten zerbrechen sehen sie energie und ziehen für die blumenwaffe wenn sie eine blumenwaffe haben brauchen sie diese amos okay ich habe aber keine blumenwaffe schauen wir mal ob das so geht dann nehmen wir das alles mal mit da kann ich ja auch ist runtergefallen das nehmen wir uns mal mit aber ich habe nur noch zwei plätze blöd okay wir haben eh noch keine blumenwaffe also gehe ich mal davon aus dass wir davon mehr werden äh bekommen werden ich hoffe jetzt aber ich bekomme da was schönes boah der hat gesessen boah der hat gesessen komm her meine waffe ist bald im ohr und ich auch jetzt bräuchte ich heilungsblumen aber jetzt schauen wir erstmal so bogen guck mal hier ist armbrust schaut aus wie eine armbrust bogen das ist wahrscheinlich diese blumenwaffe wieviel haben wir 48 so das heißt rein hier und nochmal bogen cool gewärmebogen oh geil cool cool geil okay der funktioniert gut den habe ich jetzt am rücken ups kann ich auch so wieder aufheben wunderbar halt hey warum hältst du nicht am rücken das funktioniert irgendwie nicht irgendwie wird es nicht das doch gerade funktioniert okay dann tun wir mal den blöden ziegel hier raus ich habe sowieso keine ahnung was ich die brauche wahrscheinlich gar nicht ich lasse die mal alle hier liegen so dann machen wir uns noch okay ich würde das ding hier noch haben kann ich mir leisten höhe genug oder ne 35 scheiße ich habe nur noch 24 okay dann nicht da schauen überall was versteckt hier mit den dingern kann ich bis jetzt noch gar nichts machen guck guck okay wir schauen einfach mal weiter was ist das so das ist der speicher punkt und an dieser stelle ist für part 2 schluss wenn euch das video gefallen hat dann lasst bitte einen daumen hoch da abonniert den kanal und bis bis zum nächsten part ciao Wow.